So sage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn ich bin auch ein Israeliter von dem Samen Abrahams aus dem Geschlecht Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat. Oder wisset ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie er tritt vor Gott wieder Israel und spricht? Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen. Und ich bin allein übrig geblieben und sie stehen mir nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir lassen übrig bleiben siebentausend Mann, die nicht haben ihre Knie gebeugt vor dem Baal. Also geht es auch jetzt zu dieser Zeit mit diesen, die übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist es aber aus Gnaden, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, Sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Ist es aber aus Verdienst der Werke, so ist die Gnade nichts. Sonst wäre Verdienst nicht Verdienst. Wie denn nun? Was Israel sucht, das erlangt es nicht. Die Auserwählten aber verlangten es. Die anderen sind verstockt. Wie geschrieben steht. Gott hat ihnen gegeben ein Geist des Schlafs, Augen, dass sie nichts sehen und Ohren, dass sie nichts hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht. Lass ihren Tisch zu einem Strick werden und zu einer Berückung und zum Ärgernis und ihnen zur Vergeltung. Verblende ihre Augen, dass sie nichts sehen und beuge ihren Rücken alle Zeit. So sage ich nun, sind sie darum angelaufen, dass sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern aus ihrem Fall ist den Heiden das Heilwiederfahren, auf das sie denen nacheifern sollten. Denn so ihr Fall der Weltreichtum ist, und ihr Schade ist der Heidenreichtum, wie viel mehr, wenn ihre Zahl voll würde. Mit euch Heiden rede ich, denn die Weihe ich der Heidenapostel bin, will ich mein Amt preisen. Ob ich möchte die, so mein Fleischsinn zu eifern reizen und ihrer etliche selig machen? Denn so ihre Verwerfung der Weltversöhnung ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben von den Toten? Ist der Anbruch heilig, so ist auch der Teig heilig. Und so die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Ob aber nun etliche von den Zweigen ausgebrochen sind, und du, da du ein wilder Ölbaum warst, bist unter sie gepfropft und teilhaftig geworden der Wurzel und des Safts im Ölbaum, so rühme dich nicht wieder die Zweige. Rühmst du dich aber wieder sie, so sollst du wissen, dass du die Wurzel nicht trägst, sondern die Wurzel trägt dich. So sprichst du. Die Zweige sind ausgebrochen, dass ich hineingepfropft würde. Ist wohl geredet. Sie sind ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du stehst aber durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, dass er vielleicht dich auch nicht verschone. Darum schau die Güte und den Ernst Gottes, den Ernst an denen, die gefallen sind, die Güte aber an dir, sofern du an der Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Und jene, so sie nicht bleiben in dem Unglauben, werden eingepfropft werden. Gott kann sie wohl wieder einfropfen. Denn so du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, bist abgehauen und wieder die Natur in den guten Ölbaum gepfropft, wie viel mehr werden die natürlichen eingepfropft in ihren eigenen Ölbaum. Und dies ist mein Testament mit ihnen. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Wahl sind sie Geliebte um der Väterwillen. Gottes Gaben und Berufungen können ihnen nicht geräuen. Denn gleicherweise, wie auch ihr weiland nicht habt geglaubt an Gott, nun aber Barmherzigkeit überkommen habt durch ihren Unglauben, also haben auch jene jetzt nicht wollen Glauben an die Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, auf dass sie auch Barmherzigkeit überkommen. Denn Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, auf dass er sich alle erbarme. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm werde wiedervergolden? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, dass da lebendig, heilig und gottwohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand weiter von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er von sich mäßig halte, ein jeglicher, nachdem Gott ausgeteilt hat das Maß des Glaubens. Denn gleicherweise, als wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber alle Glieder nicht einerlei Geschäft haben, also sind wir viele ein Leib in Christo, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand Weissagung, so sei sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so warte er des Amts. Lehret jemand, so warte er der Lehre. Ermahnt jemand, so warte er des Ermahnens. Gibt jemand, so gebe er einfältig. Regiert jemand, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's mit Lust. Die Liebe sei nicht falsch. Hasset das Arge, hanget dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brünstig im Geiste, schicket euch in die Zeit. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal. Haltet an am Gebet. Nehmt euch der Notdurft der Heiligen an. Herberget gern. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Habt einerlei Sinn untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Fleißiget euch der Ehrbarkeit gegen jedermann. Ist es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächelt euch selber nicht, meine Liebsten, sondern gebet Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben. Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. So nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Solange dein Herz schlägt, ist die Ausrichtung deiner Gedanken maßgebend, wofür du deine Energie und Zeit einsetzt. Es gibt Aufgaben und Probleme, die nur durch deine Anwesenheit gelöst werden können. Doch dafür musst du den Weg gehen, der für dich gemacht ist. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de Das Fibelheft kostenlos und versandkosten. Vielen Dank.